Hey Leute, hier ist mal wieder euer Dragon Ray und heute spielen wir die Custom Zombie Karte ZM Minecraft und mit dabei ist Dominik. Hallo Leute. Nach dem 10. Versuch die Aufnahme hier richtig hinzubekommen, wissen wir schon fast die Hälfte der Karte, nein natürlich nicht. Aber Minecraft halt, ne? Die Map ist halt ziemlich buggy, also wir haben vorhin gerade noch eine Aufnahme gestartet und auf einmal konnte ich mich nicht mehr bewegen und... Ich auch nicht, irgendwie, voll buggy irgendwie. Aber wie gesagt, wir kaufen jetzt dann früher auf. Ach was. Doch, sonst kaufe ich auf. Ja, dann mach du das. Und ich, ich scheiß jetzt einfach drauf, ich hol mir jetzt die Pistole, weil ich einfach nicht klarkomme, sonst denkt. Man, Messern ist das Geilste, was es gibt, man. Nicht mit der Axt. Ich komm mit der, wirklich, wie gesagt, gar nicht. Doch man, doch man, das ist saugeil. Ausschein tut sich schon geil. Hallo, dieses Insta noch. Hallo, es gibt 130 Punkte, viel mehr wie sonst. Wenn ich, wenn ich, wenn ich Chugga hätte, dann no problem. Oh man, guck mal, es geht noch so leicht zum Aushalten, es klappt doch. Ey, ich häng schon wieder fest. Wie, du hängst fest? Ich bin wieder fest, guckt. Was? Oh man. Ey. Ich komm immer auf die fucking T-Taste. Tust du einfach deaktivieren? Nein, ich brauch die Taste, um unterschwellige Botschaften zu. Ja, nein, brauchst du nicht. Schleichwerbung. Auf jeden Fall. Mann, die Axt ist einfach nur geil. Guck mal, wenn du schießt, mach ich immer nur einen Messerstich. Einen Axtstich. Vor allem, weil man mit einer Axt so gut zustechen kann. Ich hab gesagt, ein Axtstich, okay, das passt schon. Jetzt kauf mal auf, du, 7000. Nee, lass noch kurz hierbleiben. Das klappt doch. Ja, wir hierbleiben, hierbleiben das. Guck mal, es sind noch Double Points, kann man auch perfekt messern, man. 260 Punkte, hallo für ein Zombie. Guck mal, wie viele Punkte ich hab, man. Dann klappt das Glitch. Dann klappt das. 52 Zombies in Runde 4. Ey, kauf auf, kauf auf, kauf auf. Die rennen ja schon. Kauf auf, kauf jetzt auf. Nö. Äh, ich kauf auf. Okay, sterben. Kauf die nächste auch noch auf. Da wir es vorhin schon mal kurz angespielt haben, hör. Lass erst ein paar noch töten und dann einsammeln. Kann man, wissen wir jetzt schon, dass man links und rechts hier aufkaufen kann. Hinter uns, ne. Kauf jetzt auf, man. Fuck, jetzt hab ich die Nuke nicht mehr bekommen. Egal. Schaffst du's noch hinten? Komm, ich will die U ziehen. Kauf die M16, man. Die ist viel geiler. Ja, 2000. Also auf beiden Seiten kann man aufkaufen. Dann klappt das Glitch. Dann ist Pekepensch. 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 Ja, entschuldigung. Ich messer nochmal kurz. Nochmal Punkte machen, ja. Ey, ist auch ne Scheiße. Wieder auf mich zugerannt kam, ey. Scheiße. Jetzt komm, kauf gleich durch, komm mit. Stell mal hier aufkaufen. Alter, guck mal, wie frei die Fläche hier ist. Kistenspot ist auch noch hier. Und ne Waffe. Welche? Dragunov. Och. Und Stemnap. Das brauchen wir unbedingt auf der Karte, ja. Auch bei mir links. Ich bin knallerrot. Knallerrot. Ich bin, ich bin, ich bin auch tot. Ich bin auch tot. Die Map ist hammerschwer. Alter. Die Map ist richtig schwer. Nächster Versuch. World of Minecraft. Die Map ist anders klar scheiße schwer. Müssen ist nicht zu drinnen oder zu vier zocken, man. Ey, ich hasse die Axt. Junge, Messer doch einfach. Ist auch nicht schwierig. Oh man. Es schneit und regnet. Aber es ist ne geile Idee, finde ich. Gab's ja schon mal so ne Karte. Können wir auch nochmal spielen. Eifle Zombies in Runde 2, Mann. Wie du einfach schon 20 Kills hast und ich hast 7. Ja, weil ich auch ein Messer. Ja, die ganze Zeit. Ey, ich messe auch. Ja, unten will ich hin. Aber kauf mir doch die Mitte. Kauf auf. Ich kauf mir erstmal ne Waffe. Gott sei Dank, die Axt ist weg. Wo geht's denn da eigentlich lang? Wo? Dennoch. Da kann man nicht drüber schauen. Ich kauf mir auf der anderen Seite. Guckst du einfach von hinten, ich gucke von vorne. Ja, okay. Ja, stimmt. Ich bin tot. Alter, 2 Hits. Gleich auf einmal. Schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Was? Es war doch voll. Nein, nein. Geht nicht. Ich messer die doch, Mann. Komm. Ich messer die. X-Ammo. Drei Zummis noch. Ey, lass mal, lass mal schnell, die am Leben, lass die am Leben. Okay. Kauf du das hier schnell auf. Komm. Schauen wir uns die mal ein bisschen genauer an, hier. Vielleicht ist hier irgendwas. Musik machen wir nicht an, wegen der scheiß Gamer. Hier ist die Scorpion. Hier muss doch auch irgendwas sein. Die hätten das doch nicht umsonst so hingemacht, so eine Treppe. Doch, für die Kiste hier. Ah ja, ähm. Da ist dahinter was. Dahinten ist Strom. Dahinten ist Strom. Wie? Wie kommen wir da hin? Komm her. Ich hab's gesehen. Wie kommt man da hin? Verarschen. Egal, lass mal da hinten kurz noch kämpfen. Ähm, ja. Ein Teleporter. Wer hat's gedacht? Da kommt man auch hoch. Da ist ein MG. Das ist die Mamas. 1500. Ey, komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch. Bin, ich bin, ich bin, ich bin hier. Hier ist ein Teddy. Ich bin hier am MG. Da kann man aufmachen. Wie? Geh mal weg? Der Briss. Der Briss, nicht der Briss. Ja, okay. Beim Teddy. Ich kauf das dann gleich. Vielleicht ist es das Gemälde. Passt du unten auf, weil dann nehm ich das MG. Jo. Hä, wie du im MG stehst. Oh mein Gott. Ich brauch unbedingt Chaga. Also die Map ist echt schwer. Die ist geil, man. Ich lieb solche eher schweren Karten irgendwie. Dann wird's auch nicht langweilig. Nehm 16 ist echt stark, man. Nicht nehm. Was, was? Boah. Hä. Die sind gerade noch extrem langsame. Galil. Übelst geile Waffen gibt's hier, man. Ich nehm jetzt den Yook einfach. Wo ist die Galil? Hier oben. An der Wand. Hier. 1.700. Äh, 1.500. Die Karte ist nicht... Lassen wir den nicht... Ich tausge gegen die Axt ein, ja. Hab's jetzt, die Galle. Ich hab's jetzt auch. Die Galle hat aber kein Sound, man. Oh, wie behindert. Oh, das... Ja, das... Das ist scheiße gemacht. Hast du den Teddybärm... Egal. Hä? Ja, 1750 kostet das irgendwas. Oh, wie schnell die sind? Ja, wir müssen unbedingt einen Crawler machen. Dann schauen wir uns auf die Map mehr um. Oh, das ist mal Geld, dass wir ganzen Türen aufkaufen können. Und dann bleiben wir beide hier an der Treppe stehen. Ich brauch Speed-Cola, Mann. Ach, Daniel, bist ja auch noch da. Ja. Du versäumst grad was, ey. Übelst geil, die Map. Die Map danach mach ich dann mit. Wenn's denn überhaupt klappt, weil der... Ich hab eins gemacht. Ich hab's gedownloadet, aber... Keine Ahnung. Es lädt noch. Ich hab mich geopfert, geil, ohne Scheiße. Ja, ich hab nicht... Keine Munizung mehr, das ist einfach die Galle, ne? Äh, ich auch nicht. Ich hab noch M16 hier. Gibt's auf der Map die PPSH? Bestimmt. Ja, ich muss ne Munizung holen. Wenn die hier an der Treppe jetzt ein MG wär, das wär mal geil. Ne, ich hab's fast behertet. Lass mal einen leben. Probier mal Caller zu machen. Schieß die mal nicht ab jetzt. Ne, es können keine Caller gemacht werden, vergiss es. Wieso? Die sterben sofort, hast du da mit Absicht reingemacht, bestimmt. Warte, ich werf ne Granate bei dir rein. Ja, die sterben sofort. Ja, die sterben sofort. Ich hab's gewusst. Aber ist doch praktisch. Nein, ist nicht praktisch. Das ist ziemlich scheiße. Weil die sind ziemlich schnell... Ey, guck mal, ich hab das hier aufgekauft mit Clear the Price. Hier ist der Teleporter. Geht der? Äh, Power activated. Ammo! Ammo Power Up kann man hier droppen lassen. Wir bleiben erstmal hier. Okay? Ja, aber die Map ist hammergeil. Muss ich zugeben. Sagt noch jemand aus dem Clan Kasten Zombies? Nein. Achso, schade. Oh, perfekt. Alex fängt's vielleicht an. Okay. Oh, wenn Alex noch mit dabei wär, ey. Das sind ja richtig viele Kasten-Sommelsspieler. Oh, Mann. Für 10 Euro lohnt sich. Ja, ich hoffe, vielleicht, vielleicht, Party-Bow-Loch-Zuschauer und sich melden hier, wir auch ziemlich nice. Es haben sich paar gemeldet, aber die melden sich irgendwie dann doch nicht mehr auf einmal und... ...alschieb ein Problem. Plus die Tonne oder reißen lässt. Lass, lass dir mal liegen, wir machen erst mal Punkte jetzt. Ja, sie. Schießen, denn 16 ist erst mal. Ey, das ist so langsam. Versuch mal, eine Rolle zu machen. Das klappt nicht. Liegen Double Points noch, ja. Nehme ich gleich. Ist die Axt noch One-Hit? Die haben wir weggegeben. Achso. Die M16 ist so scheiße stark hier auf der Karte. Aber lassen wir dann schnell einen am Leben, oder? Ja. Wir kaufen erst mal alles auf, was geht. Vielleicht können wir auch Strom aufkaufen und machen jetzt. Es hängt! Es hängt! Ich hatte gerade Standbild, Mann. Du auch? Ja. Die Mapp ist extrem buggy. Die spawnen hinter uns. Die spawnen hinter uns. Ja, passt doch. Die zwei noch töten. Warte. Passt. Okay, jetzt rennen. Wir brauchen Stammen-Up. Wir wissen ja, wo es ist. Wenn der Strom hat nichts, hol ich mir als erstes Stammen-Up. Aua! Töte ihn, töte ihn, sonst kannst du mich nicht wiederbeleben. Ja, der ist zu schnell. Beeil dich, bevor die spawnen. Schnell. Geh mir wieder runter. Ja, runter.